Wenn ich jetzt zurückblicke auf mehr als 35 Jahre berufliche Tätigkeit in der Versicherungswirtschaft, muss ich sagen, es ist unheimlich spannend, weil sich ständig was verändert. Also mit Finanzmathematik hatte man in den 80er Jahren überhaupt nichts zu tun in der Versicherungswirtschaft, es spielte keine Rolle. Und es kam dann Ende der 90er Jahre, kam das Thema hoch. Erstens mit dem Aktienboom und der Frage, kann das so weitergehen, müssen wir nicht vorsichtig sein. Dann mit der Niedrigzinsphase. Finanzmathematik spielt heute eine ganz entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Verpflichtungen und der Risiken, die man eingehen kann oder eingehen darf. Und jetzt kommt das Thema Big Data dazu, das Thema Digitalisierung. Es verändert sowohl die Versicherungsprodukte, wir kennen PSU Drive beispielsweise in der Kfz-Versicherung, wie kalkuliere ich solche Produkte. Wir kennen aus dem Ausland insbesondere die Idee, dass man auch PSU Live-Versicherungen macht, dass also wünschenswertes Verhalten bonifiziert wird durch die Versicherung. Ein ethisch sehr interessant zu diskutierendes Thema, zu dem es unterschiedlichste Meinungen auch im aktuellen Bereich gehört. Und für dieses Thema Actual Data Science wollen wir unsere Mitglieder fit machen. Wie werte ich Statistiken aus, die ich dazu bekomme? Halten Sie langfristig das? Kann das, was ich in den letzten fünf Jahren an Daten gesammelt habe, tatsächlich entscheidend sein für eine lebenslange Prämie in der Berufsunfähigkeitsversicherung oder in der Lebensversicherung oder in der Krankenversicherung? Die Methoden zu erlernen und auch den kritischen Blick darauf zu werfen, das wollen wir unseren Mitgliedern verstärkt beibringen.